Mary, wir laden dich in unsere Runde ein. Wenn du das bist, puste die Kerzen aus. Du meine Güte. Das ist alles ein Schwindel. Sie hatte es verdient, Mom. Du sollst einfach nur hinter dem Vorhang stehen und nicht die Kunden angreifen. Und du, junge Lady? Was ist ein Schwindel? Du bist total merkwürdig. Sagen Sie, hat sie öfter Probleme? Nichts allzu beunruhigendes. Was ist das? Ein neues Hilfsmittel für die Arbeit. Geist, kannst du mich hören? Ja, können wir. Und wir können dich sehen. Mit wem redest du da, Doris? Daddy, bist du das? Wer bist denn du? Do you ever have a Ouija board experience? I grew up with Ouija boards being the thing that you would go, you know, to a slumber party and a bunch of little girls would sit around and play with it and my sisters and I would play with it and it was always that terrifying moment of it just moved. Did we move it or did the spirits move it? Do you believe in the spirits? Do you believe in the spirits? Do you believe in the spirits? Yeah, like the Scottish play? Like the Scottish play. But there's other things too, you know, like you don't want to, well like break a leg. I would never walk under a ladder If you had a Ouija board in front of you guys now What would you ask? That's very personal Are we going to be number one at the box office? Yeah, I'm right I would like to know that What is my phone going to ring on Monday? Is it a job? Yeah, right? What scares you in life? What makes you jump? Sharks Spiders Yes Earthquakes Fires Home invasion Home invasion A lot of things 2016 election In the United States Exactly When you are on set On this kind of set Very scary When you get home After a day shooting How do you Like manage to go to sleep? Alcohol Lots of hard alcohol No, I think I think it's important You know It's It's important to know That when you make the film It's long Stretched out hours Over weeks You really do Have to decompress At the end of each day Because it's not that it's so scary Or intense Or that it's intense But it's intense all day Right For one minute Of something It's exhausting Yeah So So when you do these things It does stay with you Like you're thinking about it all day Like Elizabeth You know She was in an emotional state For most of the Performance Every day So Yeah It's important to have Decompression Haben Sie gesehen Wie sie das geschrieben hat? Nein Es ist nämlich polnisch Doris Wer hat das geschrieben? Ich zeig's dir Bist du hier? Hier geht irgendetwas vor Das wir nicht verstehen Ich mache mir Sorgen Um ihr Mädchen Die Welt der Geister Ist gefährlich Was machst du denn? Ich mache gar nichts auf Weißt du wie es sich anfühlt Der Wirk zu werden? Irgendwas stimmt nicht mit Doris Was mit ihr gerade geschieht Ist völlig verrückt Ich glaube sie ist von Kräften besessen Die wir nicht verstehen können Doris? Doris! Bist du da? Bist du da? Ja